Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Unser Sturmzentrum ist ja bislang ein großes Problem. Simon Tirodde und Sebastian Polter kommen jeweils auf ein Tor. Kenan Karamann ja bislang noch ohne wirkliche gefährliche Aktion, weil er auch gerade mal 35 Minuten für uns gespielt hat. Aber damit ist klar, im Sturm drückt der Schuh. Meiner Meinung nach liegt das natürlich aber auch nochmal eher an den anderen Offensivspielen, in dem genau solche Stürmer in Szene zu setzen. Trotzdem kommt da die Frage auf, ob vielleicht Keke Top die Lösung aller Probleme ist. 18 Jahre jung, ein ausgewiesener Knipser, zumindest in unserer U19 und vielleicht auch bald auf den Sprung zu den Profis. Diese Frage stellt zumindest mal die Bild-Zeitung, denn Top überzeugt in den Jugendabteilungen auf jeden Fall aktuell vollkommen. Sieben Spiele, zwölf Tore und alle 40 Minuten zappelt dort eben dann auch ein Top-Schuss im Netz. Sowohl bei Schalke eben mit acht Toren in fünf Spielen, als auch bei Deutschlands U19-Nationalmannschaft mit vier Toren in drei Spielen, klingelt es wirklich auch regelmäßig und Top zeigt in beiden Teams auch wirklich gute Leistungen. Und das Gute ist, Top ist mittlerweile in einem Alter, wo auch sein Körper schon wirklich gut ausgebildet ist und er extrem viel mitbringt. Er hat eine starke Physis, ist wie Terod und Polter, 1,92 Meter groß, aber er ist auch noch mal ein bisschen bewegungsfreundlicher, wenn man das so sagen möchte. Lässt sich immer wieder fallen, sucht auch Räume außerhalb des Strafraums, um sich dort in Szene zu setzen und ansonsten hat er auch einfach einen eiskalten Abschluss, fackelt nicht lange vorm Tor, ist auch beidfüßig und auch sehr, sehr stark im Gegenpressing. Klingt erstmal, finde ich, alles nach Faktoren, die durchaus auch gut zu unserer Mannschaft passen könnten. Bislang durfte ja Top aber noch nicht in unserer Profimannschaft reinschnuppern unter Frank Kramer. In der vergangenen Saison war dies hier anders. Sein Debüt gab er ja da gegen St. Pauli, wo uns eine Offensive einige Spieler gefehlt haben. Ich denke mal, wenn Kike Top in unserer 19 so weiter überzeugt, wird er auch im Laufe der Saison sicherlich mal eine Chance im Training bekommen. Aber auch bei ihm ist halt die Sache klar, ein Stürmer lebt auch von seinen Mitspielern und auch er würde natürlich dann Zuspiele brauchen. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.